Hallo und herzlich willkommen von Rocket League Shop Video. Wir gucken mal rein, was da heute noch gibt. Los geht es. So. Hier oben haben wir die Musik vor Geihunger für Rocket League Köln. So. Immer noch Gart. Gänge haben wir hier Geisha Augo immer noch vor. 700 Rocket League Köln. Gänge gucken wir mal einen täglichen Shop, was da wo gibt. Gänge haben wir Geisha Augo Reifen vor Geihunger für Rocket League Köln. Gänge haben wir noch vor 2.200 Rocket League Köln. Ken haben wir noch Giga Augo Reifen vor 600 Rocket League Köln. Ken haben wir noch Giga Augo Reifen vor 400 Rocket League Köln. Ken haben noch Giga Reifen vor 500 Rocket League Köln. Und Ken haben wir noch die Core Auge Home für 2.200 Rocket League Köln. Gimiga geil ist. So. dann kann man hier noch in die event shop da haben wir immer noch immer noch gegen immer noch gar immer noch vorhanden fast in der fuhr bist dann immer noch die gar woch gassen gar woch gar woch ist immer noch gar und das ist immer noch gar das gaga paket hier haben wir noch das war's mit dem rocket league shop video ganz gut bekommen und bis zum nächsten mal und lasst ein abo